Herzlich Willkommen, heute ist Samstag, der 16. Dezember. Wir stehen kurz vor dem dritten Advent und öffnen heute das 16. Türchen in unserem Audio-Adventskalender. Heute geht es um das Thema, was du jetzt schon für 2024 wissen solltest. Weißt du was? Die meisten Menschen machen sich kurz vor dem neuen Jahr Gedanken darüber, was sie dann im neuen Jahr mit Hochdruck umsetzen wollen. Und meistens sind sie dadurch, gerade in den ersten zwei Wochen, total überfordert, sind wie paralysiert, also sind stocksteif, sind unbeweglich und kommen gar nicht in die Umsetzung. Und nach zwei Wochen sind die ersten Vorsätze, die sie zum 1.1. eines Jahres gefasst haben, schon wieder vergessen. Sie sind schon wieder gebrochen. Das führt dann dazu, dass die Motivation sinkt, dass sie sie selbst irgendwann nicht mal an sich selber glauben, wenn sie irgendwas zu sich sagen. Und genau davor will ich dich hier heute bewahren. Und weißt du was? Da ja jetzt erst der 16. ist, haben wir noch ein paar Tage Zeit bis Silvester. Was wäre denn, wenn du die nächsten zwei Wochen nutzt und dich zwischendurch mal hinsetzt, um nicht so heute die Polter irgendwie Silvesterabend ein paar gute Vorsätze zu notieren, sondern mal zu überlegen, wie soll eigentlich mein Jahr 2024 aussehen? Wo will ich denn, wenn das neue Jahr beginnt, Ende März sein, Ende Juni, Ende September und vielleicht auch Ende Dezember 2024? Das, was ich damit meine, ist, mal in die Zukunft zu reisen, mal vorab zu erleben, was du denn in dem nächsten Jahr in deiner Beziehung verändern willst. In der Beziehung zu dir selber, in der Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Kindern. In der Beziehung in deiner Partnerschaft, wenn du eine hast, oder vielleicht willst du eine Partnerschaft kreieren. Was willst du in Bezug auf deine Finanzen, den Beruf und deine Karriere verändern? Vielleicht auch in Bezug auf deine körperliche, mentale Fitness. Vielleicht willst du gesünder, ruhiger und länger schlafen. Vielleicht willst du fitter werden. Vielleicht willst du anfangen, deine Ernährung umzubauen. Überleg dir jetzt schon mal, und zwar genau, in welchen Bereichen du was verändern willst. Und dann holst du dir jetzt schon mal einen 365-Tage-Kalender. Und überlegst mal, hey, das sollen meine nächsten zwölf Monate sein. Wie will ich mit diesen zwölf Monaten, mit 365 Tagen Lebenszeit umgehen? Und in dem Moment, wo du das hörst, solltest du jetzt Klick machen, denn es ist deine Lebenszeit. Und du solltest morgens vielleicht nicht darüber nachdenken, wow, ich habe heute einen neuen Tag. Sondern dir auch bewusst machen, es ist schon wieder ein Tag vorbei. Wie kann ich diesen Tag heute zum Besten in meinem Leben machen? Wie kann ich heute mehr an Wert in das Leben anderer Menschen tragen? Was kann ich heute tun, um einen Unterschied für mich und so viele wie möglich in der Welt zu bewirken? Setz dich hin, mach es einfach, denn du bist größer, als du denkst. Ich freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist am 3. Advent.